Okay, ich hab das jetzt... Oh, ich hasse diesen verfickten Emulator. Komm jetzt, ja, endlich. Mann. Okay, es gibt ja Special Cup Ways. Aber ich hoffe, dass der letzte Part... Ja, das ist der letzte Part. Ich muss das ja nicht zeigen. Es gibt bestimmt schon genügend Let's Plays davon, was dieser Special Cup Ways ist. Okay. Ich mag das Level hier. Keine Hindernisse, egal, nichts. Man kann einfach sein Leben hier chillen. Okay. Da kann man hier richtig chillen. Hat er gerade den Fisch überrannt? Okay, weiß ich nicht. Naja, egal. Was soll das jetzt heißen? Okay. Gut, gut, gut. Du kannst mich mal mit deiner Banane. Ich hab auch eine Banane. Pech gehabt. Und ja, das Rennen geht hier sehr schnell voran. Aber ich glaube, um eine Special Cup Ways zu holen, müsste ich überall Gold haben. Und ich hab echt nicht die Nerven, überall jetzt Gold zu holen. Und ich überhole irgendwie Bowser. Naja, er ist ein Fettkopf. Er ist eine Schildkröte. Und ich bring ihn jetzt um. Töte, Bowser. Ach, komm. Naja, egal. Erster. Okay. Ich schaff nicht die Nerven dazu, das jetzt normal zu machen. Safe State. Okay, komm. Ich bin mit diesem Projekt auch fertig geworden. Da hab ich insgesamt noch neun Projekte, die ich noch fertig machen muss. Neun Projekte. Mann. Bevor ich ein neues starten kann. Was richtig geil ist. Ich glaube, da werde ich sehr viele Aufrufe bekommen, wie bei Inosum 11. Dieses Letztbeer hat am meisten Aufruf von meinem Ganzen. Heftig, heftig. Okay. Ach, komm schon mal. Fick Eier. Diese kriegt er sowas und ich nicht. Eier, ihr Hunde. Verreckt. Komm doch. Mann, manchmal könnte ich ihn umbringen, Mario. Aber richtig. Komm. Ist klar. Leck Eier, Mann. Einfach Eier lecken. Ja, deine Pilze, deine Kinder kannst du sonst irgendwo hinwerfen. Ist dein Problem. Wieso kriegt der Hund ganz... Ey, das schummelt doch. Das kann doch nicht sein, dass ich das mal... Ey, wann kommt... Ey, wann kommt mein Stern denn? Hä? Wann kommt mein Stern? Wann kommt mein Stern? Wann kommt mein Stern? Okay, komm. Ja, so langsam musst du auch nicht fahren, Mann. ach leck eier mann einfach eier lecken einfach eier lecken das sage ich nur so eine verdammte kacke ich habe keinen bock mehr auf dieses verdammte kackspiel ich weiß auch warum mike jetzt damit aufgehört hat manu sag nur eier lecken okay wo sind die alle die sind alle hinter mir dieses docker okay deine bananen kannst sonst irgendwo werfen du hund manchmal ist diese verfickte steuerung so scheiße weil die bananen auch schon da oder hat der donkey kong gerade dahin gelegt okay meine dummheit meine dummheit dass ich dachte man kann jetzt irgendwie darüber springen mit der feder okay ich behalte den stern ich behalte ihn so lange weg mit dir du hund vierter ist egal vierter vierter ach ich will nur mit den let's play hier fertig werden das alles okay ich habe jetzt 13 was 1 okay ich bin zweiter okay ich bin zweiter oh nein oh nein oh nein warte so oh ich hasse dieses level ich erkenne hier nie etwas was ja deswegen ja ja fick mich doch alle von hinten meine hunde alle so richtige gangbanger bestimmt besuchen die alle die gleichen swinger was sagt was habe ich euch gesagt warum ich dieses verfickte level hasse ihr habt gerade gesehen was mit mir passiert ist ne so nicht so nicht so nicht wenn ich das so weiter gelassen hätte wäre ich jetzt irgendwie achter und auf die stand habe ich keinen bock ein siebter ist klar ist klar ey du kannst mich mal mit deinem stern das ist doch so unfair das kann nicht sein dass du Hurensohn ey man man ey leck ich schwör auf alles weg mit dir du Hurensohn ja Leute ich habe mich ich reg mich jetzt richtig auf fick dich ah Leute man ey das kann doch nicht sein dass ich Die Leute, die sagen, dass ich hier schlecht bin Sollten mal das selbst spielen Da werdet ihr sehen, wie kacke das ist Mit Tastatur auch noch, los Ist doch eine Herausforderung, wie alle, die denken, ich bin jetzt so schlecht hier Die sollen mal mit Tastatur hier mal spielen Und Lucy, du Huren, so Ich weiß nicht, was du für diese ganzen Sterne getan hast Aber fick dich Komm her Ja, komm Die legt auch ihre Kinder irgendwie ab, okay Okay, dritter irgendwie Irgendwie habe ich das geschafft, dritter zu werden Seiste Held Ja Okay, zweiter geworden Erster, vierter und zweiter Jetzt fehlt noch der dritte Platz Ach, Donkey Kong wird wieder Erster Wieso ist er eigentlich immer der Erste? So ein Affe Okay, komm Und Leute, ihr braucht dieses Let's Waste nicht anzugucken Wenn das Ist das scheiße Ich seh das jetzt schon Ach, fick Okay Ihr müsst dieses Binderte Let's Waste nicht angucken Hätte ich auch nicht an eurer Stelle Irgendwie höre ich das Telefon Okay Okay, siebter Platz Wartet Okay Kann ich jetzt Ach, Leck Eier, Mann Okay, es geht weiter Ich wurde wieder gestört Wie immer Ach, ich hasse dieses Spiel Sechster, okay Mario, hör auf mich aufzuregen, du Hurensohn Hör einfach auf damit Ach, wieso nehme ich den langen Weg? Ja, ist Ja, ist klar Der Koopa kann da einfach durchgehen Ist klar Verdammte Cheater Fahrt alle zur Hölle, Mann Grüß Satan von mir, ihr Bastarde Mann Du Hund, stirb Ey, Bowser Regt mich nicht auf, du Hund Hör auf Das bekommt ihr nicht gut Wenn du mich aufregst Ach, ich hasse dieses verfickte Motherfucker Spiel Ja, Leute Ich war fünfter Das hat keinen Sinn Das hat keinen Sinn mit dem Spiel Ich mach 100% nicht das Spezial-Race Ich mach das nicht Ich schaffe es sowieso nicht, das zu machen Und ich werde sowieso ausrasten Oh Mann Oh Mann, oh Mann So Ey, dieses Let's Race ist so bösartig Ja, mach das in die Lava, Mann Mach das einfach in die Lava Dein Leben hat sowieso keinen Sinn mehr Sie hat 20 Jahre lang Deine Freundin hinterher Und die wird jedes Mal von einer Schildgerüte entführt Dein Leben hat keinen Sinn mehr Das muss man echt sagen, Leute Sein Leben hat keinen Sinn mehr Er sollte ja anderen Beruf suchen Vielleicht KZ-Mechatroniker Oder irgendwas anderes Weil Kleppner passt nicht zu ihm Und Banane hat ihn nicht getroffen Ist klar Das sind ja auch seine Bananen Mario ist ein hoffnungsloser Fall Der seine Freundin Wirklich 20 Jahre lang Oder länger Ich weiß nicht, wann das erste Mario-Spiel draußen war Hinterher jagt Das erste war ja mit Donkey Kong Wo der Affe irgendwie Notgeil auf Peach war Und wollte sie irgendwie knallen Und sie nicht Und ich werde gerade von 4 Steinen gebankt Ey Okay Das war ein geiler Das war gerade ein geiler Move Er ist klar, du Ja, klau mein Geld, du Hund Danke für die Hilfe Dritter Oh man, ja Okay, war das die vorletzte? Ich hopfe mal Wenn ich keinen Bock auf ein... Ja, das war die vorletzte Jetzt kommt die letzte Ja, du hast so viele Punkte Ich bin stolz auf dich, du Affe Ah ja, Planet Affen Revolution Guck den Film Der ist einfach nur geil Gestern geguckt mit meiner Freundin Und das war Boom Einfach Männer Einfach nur Männer Ich würde gerne am liebsten Über den Affenfilm reden hier Aber ich werde dann zu viel spoilern Okay, eigentlich hat man der Filz was gebracht Und hat mir irgendwie Vorsprung gebracht Ja, das letzte Rennen ist irgendwie am leichtesten Und Kati sagst, danke für die... ähm... danke, dass du mir Glück wünschst, dass ich 48 Parts brauchte für Final Fantasy 3 Und ich weiß, Hochkant ist immer noch Kacke Aber naja, das erspart mir sehr viel Arbeit Und... Sehr viel Rendern Und mein PC wird dann nicht kaputt gehen Also das hat einen Grund Wenn ich irgendwie... Ein Gigabyte Render, dann stürzt irgendwie mein PC ab Deswegen... Mache ich das lieber Hochkant Ich weiß, dass Hochkant Kacke ist Ich hätte es auch lieber seitwärts, aber... Naja... Ich kann es nicht ändern Dann ist es halt so... Man muss einfach damit leben können Und ihr Hunde... Verdaut mich von hinten zu bangen Okay So Gewann noch nicht die letzte Runde Naja Wenn ich dieses Projekt fertig habe Also dieses Let's Race Habe ich genau 25 Projekte fertig Hey Lass mir mal mehr Okay So So Hat den Affen getroffen Gut Fliegt irgendwo eine... Nein, es war ein Pilz Ich hätte eher gedacht, dass es eine Banane ist Okay, so Ja, ist klar Ihr wart ja so nah in meiner Nähe Okay, vierter geworden Kacke Naja, ich hab's fertig Ich hab's fertig Ich hab dieses Projekt fertig Guck mal den Unterschied an von der Zeit Nur ein Punktunterschied Naja, wenigstens dritter Bronze Ach, geschafft Ja, eine Runde mal freuen für Mario Und Peach Ach, komm Ja, Bronze Ja, Bronze Wenigstens Bronze Als nichts Gucken wir mal, ob ich noch das 100 Das Spezial machen kann Ey, wenn das jetzt irgendwie geht Dann ist es merkwürdig Nein, ich kann das nicht Gut so Und wir sehen uns das nächste Mal bei meinen anderen Projekten Tschüss Und ja, das ist fertig Dieses Projekt Tschüss Und wir sehen uns Bis zum nächsten Mal.